Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World DS Ja, was soll ich sagen? Egal, wir sind mitten in der Sidequest von Thomas Also, wir sollen Gauman suchen, weil der hier hingegangen ist und nie mehr wiederkam Muhahaha Was nervt war das? Tuna One Ach, ich geh jetzt noch Ja, komm, mach ich auch noch Platte, also Wenn ich schon mal hier bin Tod Okay Dini, Dini Mies, Wim, du siehst Schlecht aus, dass du dabei bist Ich muss ihn ganz dringend digitieren Äh Verdammt, ich kann mich Ich kann nicht passen, was passiert ist Ähm, du musst Gauman sein Hä? Oh ja, ich bin Gauman, aber Ähm, was ist los? Äh, Thomas wartet Ähm, also ich Habe die Adresse zum Digicenter verloren Ähm, verloren Kannst du mich, äh, mit zu Thomas nehmen? Natürlich kann ich das Äh, danke, ich zähle auf dich Ja, natürlich Du Gauman Vergiss eine Adresse Äh, es ist Markus kann das Aber nicht Gauman Ja, komm Mach dich selbst kaputt Spiegel Wir greifen den Spiegel an Naja, egal Also ich werde jetzt heute nur questen Äh Story mäßig sehr groß nicht, also Side Story, ja, okay Seht das? Keine Ahnung Nein, noch, komm Neb, neb, neb Noch mal ein Poliomon Einfach platt machen Gib dir immer hinten ein Erfahrungsmodel Je, der Erfahrungspunkt kann zählen, ja Höh Ja, komm Sterb Kenne du, also früher war die noch schwer Und jetzt sterb tot Dudududum So, komm Funktionier Nach Hause auch telefonieren Oh, ey Ich soll es Thomas abbringen Ich kann Gauman leider nicht bei mir zu Hause abgeben Äh, sorry, dass wir dich warten lassen Wiesen Gauman, äh, bist du okay? Ähm, ja, ähm Mir geht's gut Äh, tut mir wirklich leid, dass ich, äh, dass du dir Sorgen gemacht hast Es ist, äh, schon gut Ähm, ich bin froh, dass es dir gut geht Danke, äh, dank dir an Gauman, äh Dank dir ist Gauman also sicher zurückgekehrt Ähm, um dir meinen Dank zu zeigen Werde ich dir jetzt das Autogramm geben Und zwar jetzt Äh, du hast es verdient Du hast eine Menge für uns getan Ich bin hingegangen Hab dich geholt und wieder zurückgegangen Aber naja Ähm Wir tun das nicht oft Aber das ist eine Ausnahme Ja, äh, ich habe ein Autogramm von Thomas und Gauman bekommen Ähm, denn Gauman Lass uns, äh, zum Berichterstatten zurück in die Time Union gehen Und dann zurück in die reale Welt Okay An, äh, es war, ja, eine Freude Äh, ja, wir sind dankbar Keine Ahnung was, dass du uns so geholfen hast Oder so, Quatsch Oder er war froh, uns zu helfen zu können Keine Ahnung Exzellent, ähm, Polyamon wird sehr glücklich sein Ich frage mich Was Gauman im Wald gemacht hat Thomas sah Sagt etwas von, äh, Besorgungen Ähm, ich denke, es ist ziemlich wichtig Aber nur zurück in die Digifarm Ja, äh Genau, zurück in die Digifarm Was sie machen, das werden wir auch noch irgendwann erfahren Ja Werden wir noch erfahren Genau Äh, Talk to Digimon Wen haben wir das gemacht? Zu dir Zu dir Hey, Ann Äh, gut gemacht, äh Das Tor Hast du Äh, das ist ein Autogramm von Thomas und sein Pa Äh, äh, wuhu Das ist, äh, fantastisch Ähm Das ist wirklich klasse Keine Ahnung, was Paul heißt Ähm, danke Ähm, ich bin froh, happy Dich glücklich zu sehen Ja, genau Hast du auch noch eine Fest? Komm, 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 komm Hi, Ann Ähm, ich bin, ich hab Probleme Was ist los, Tokomon? Nun, ähm, ich habe diesen Tamean namens Marco Masuhu Deutsch Markus getroffen Ähm Und wir sind Freunde geworden Aber, äh, er hat sein Digi-Wars hier vergessen Oh, wirklich? Das ist nicht gut Ich habe nicht wirklich aufgepasst Und ich fühle mich Naja, irgendwie nicht gut, ne? Äh, so, äh, wie kann ich, äh, dass wir hier gut machen? Äh, kein Problem Äh, danke, äh, ich zähle auf dich Ähm Seit ihr das Digi, was ihn lieben gelassen hat Äh, hat er Sehr wahrscheinlich noch nicht die Zentrale verlassen Okay, ähm Ich werde ihn in der Zentrale suchen Ja, ich will's zurück Nö, was ist heute los, Noah? Ich glaub War der hier oben? Ja, ich meinte, Markus wäre hier oben Also, Masuhu, tut mir leid Äh, ich bin zu Markus Da, Markus Masuhu und Agon Hm, stark Ja, wo ist mein Digi-Wars hin? Äh, du kannst, äh, du hast es vielleicht irgendwo verloren Entschuldigung, aber Bist du Masuro? Äh, ja, äh, was möchtest du? Ah, äh, klasse Äh, Tukumon, auf meiner Farm hat es, äh, dein Digi-Wars gefunden Und ich bin hier, um es dir zu geben Oh, cool, danke Ähm, du bist, äh, du hast Glück, Boss Ähm, aber klar, nun, äh, können wir zurück Äh, irgendwas mit Toma, keine Ahnung, irgendwas mit Toma, aber Äh, Masuhu, äh, du kennst Toma? Oh, äh, ja, äh, sicher Boss, äh, seit du jetzt, wo du das Digi-Wars zurück hast, äh, sollten wir Toma, äh, sehen, also zu ihm gehen Ähm, oh, äh, hey, ähm, ich glaube, wir gerade dabei sind Wie heißt du? Ich bin An Ah, danke, An, äh, du hast mich gerettet Ähm, sagt Tukumon, danke von mir Äh, Baal Ähm, Sia Bye Das will ich jetzt übersetzen, Sia, ist einfach eine tolle Redewendung Tschüssi Okay Danke Äh, es sieht so aus, als wären, äh, Masuhu und Toma, ähm, Alliierte Und ich frage mich, äh, was sie hier suchen Aber, es ist nicht mein Problem, ich sollte zurück in die Digi-Farm Jo Oh nein, 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 Carlo, nein, nicht heute Okay, komm, wir haben was zu fragen Hallo Herr Doktor Hallo An, äh, wie geht's so, ähm, by the way Äh, wusstest du, dass du Thema-Points bekommen kannst Thema-Points, was ist das? Äh, die haben nichts mit dem Thema-Rang zu tun, äh, die, es gibt spezielle Punkte Und immer, wenn du irgendwas machst, kriegst du Punkte und, äh, und jedes Mal für jeden gewisses Einzige Punkte kriegen wir etwas von ihm, so, äh, ähm, ja, äh, wie, wenn du 50 Punkte hast, kriegen wir ein Scale von ihm und, äh, äh, ich habe 87 Punkte, ähm, wie sehe hast du die nötigen Punkte? Ich geb ein Scale, was auch immer das ist, das ist, äh, großartig danke, ähm, Oh, wenn du 200 Punkte hast, kriegst du halt eine Waffe von mir. Äh, ja, danke. Ja, ich habe das schon mal deutlich mehr, aber ich habe das nicht allzu weit gespielt, aber... ...werdet ihr dann noch sehen. Vor allem, ich will das ganz Bestimmtes haben von ihm. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte das waren, aber indem ich es durchspiele, kriege ich ja Themapunkte, also... Ähm, Talk to Digimon, Quest abgeben. Oh, äh, du bist zurück und wie lief es? Ich habe das Ding, was Markus wieder Masuro zurückgegeben. Oh, gut, ähm, ich bin froh. Äh, Masuro sagt mir, ich soll dich von ihm danken. Ha, äh, sollte er. Äh, nun an, äh... Äh, du hast einen guten Job getan und das war... ...keine Ahnung was dieses Mal. Ähm, ich bin froh, Talk to Digimon ist Helperin. Das heißt irgendwie immer, oder? Ja, haben wir noch was? Ach, du bist schon so glücklich, also... Hi, Ann, äh, hast du eine Sekunde? Äh, es ist ein... ...irgendwas, äh, keine Ahnung. Furchtbar oder sowas. Äh, Tocomon, was ist los? Ähm, nun, ähm, ein weiblicher Thema, äh, so... ...Thema namens Shishino, ähm... ...fragte mich, äh, vor einer Weile, ob ich einen King-Ethemon gesehen habe... ...im Digi-Wald. Wann warst du im Digi-Wald? Äh, egal, ähm, an der Tags, äh, und in der Zeit habe ich ihr gesagt, dass ich ihn nicht gesehen habe, aber, äh, mich zurückerinnernd, dieses Digimon habe ich schonmal, äh, Digimon, na, wie King-Ethemon schonmal im Digi-Wald gesehen, ähm, aber ich habe ihr nichts davon erzählt und ich habe gelogen. Oh, wie ist es, Tokomon? Äh, bitte an, äh, sie sagte, sie ist in der Thema-Union, kannst du es nicht dir sagen gehen? Ja, kann ich machen, natürlich. Ähm, ich wusste, dass du es tun wirst und bitte beeil dich, ähm, bevor sie in die reale Welt geht, komm schon. Okay, ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber ich werde es ihr erzählen. Ja, äh, also, Leute, die es kennen, wir haben jetzt so gesehen, die alte DRTS-Gruppe, Masaru, Toma und Yoshino zusammen. Die original japanischen Namen die Deutschen kennen ja unter Markus, Tomas und Yoshino. Und da ist Yoshino. Entschuldigung, aber bist du Yoshino der Temer, beziehungsweise die Temerin? Ja, bin ich. Und wer bist du? Ich bin Tokumons Temerin und an... Tokumon? Ah, das Digimon. Ich habe eine Nachricht von Tokumon. Tokumon hat das Digimon, das aussieht wie King Ethemon im Data Forest gesehen. Was? Bist du sehr sicher? Ja, das war es, was ich dir sagen wollte. Nun, alles klar. Das ist alles, was ich wissen wollte. Ich habe zuletzt... Ich werde dir jetzt Thomas und Markus davon erzählen. Dein Name war an, richtig. Ich danke dir und all dein Digimon. Thomas? Äh, Toma und Masaru. Das waren nur die von zuvor, richtig? Ich frage mich, ähm, was sie nun wirklich hier wollen. Ich bin curious. Keine Ahnung. Läugierig. Äh, verwundert. Äh, Dings. Egal. Na, ja, genau. Da wollte ich auch hin. Ich habe gesagt, ne, wo gehst du hin? Talk to Digimon. Poliomon. Äh, Tokumon, tut mir leid. Oh, An, du bist zurück. Hast du Yoshino wissen lassen? Ja, hab ich. Sagte Danke. Danke. Oh, danke. Ähm, ich bin frohlich. Ähm, ich frage mich, ähm, was sie beschäftigt. Ich weiß es auch nicht, aber ich denke, es ist, äh, ziemlich wichtig. Ähm, du meinst zum Beispiel dieses King Etymon, ähm, ist es insolviert? Ähm, ja, ähm, das ist eine Vermutung. King Etymon. Äh, wir sollten auch vorsichtig sein, ja. Nein, ich wollte noch mal kurz das... Okay, ja, okay. Was ist dein favorisiertes Spiel? DS, denke ich, ne? Okay, ja. Tja, dann würde ich mal sagen, dann geht's auf, mit der Suche nach Philipp. Wir suchen nach Philipp nicht mal. Äh, weiter im nächsten Part. Tschüss.